Am 01.01.2024 hat Sascha Huber gemeinsam mit vielen anderen Fitness-Influencern plus Sportwissenschaftlern eine neue App namens Gymki entwickelt. Eine App, die alles bietet, was du brauchst, um dein Fitnessziel zu erreichen. Gymki, die letzte Fitness-App, die du brauchen wirst. Heute ist der 7. Jänner und ich habe eine Woche lang Gymki ausprobiert und werde euch in diesem Video einen 1-Wochen-Erfahrungsbericht geben. Aber vorher mal, was ist überhaupt Gymki und wie ist es entstanden? Gymki ist laut Sascha Huber aus dem einfachen Grund entstanden, da er täglich sehr viele Nachrichten bekommt, wie Leute zum Trainieren anfangen sollen. Und seine Philosophie ist es natürlich, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, weshalb er diese App entwickelte. Das Wichtigste war ihm aber vor allem die Individualität, denn er sagt, jeder Mensch muss individuell in sein Training und in seine Ernährung starten. Also kurz zusammengefasst ist Gymki die eine Fitness-App. Sie beinhaltet Rezepte, Workouts, Kalorienzähler. Du kannst dein komplettes Training mittracken und die Sätze und Wiederholungen eingeben. Und Sascha Huber und sein Team hatte sich als Ziel gesetzt, die App einfach so individuell wie möglich an sich selbst anzupassen. Im Laufe des Videos werde ich euch noch mehr Details zur App geben, doch jetzt laden wir uns mal die App runter und starten direkt. Wir sind jetzt in der Gymki-App angelangt und ich werde jetzt mit euch gemeinsam die ganzen Daten ausfüllen, damit ihr das dann ganz einfach nachmachen könnt. Mal die Größe 187, dann das Gewicht 86. Der nächste Step ist jetzt das Aktivitätslevel ausfüllen. Ich bin ein Student, bewege mich aber schon des Öfteren, ich gehe auch öfter spazieren. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf mäßig aktiv. Nächster Step Körperfettanteil. Absolut geil hier gemacht, wie ich finde. Man kann hier jetzt ungefähr schauen, wie man selbst ausschaut. Ich würde mich jetzt so auf 27% Körperfettanteil einfach einschätzen. Man kann das genau ausrechnen, aber das ist sehr zeitaufwendig. Deshalb finde ich, wie das da geregelt ist, extrem geil schon mal. Mein Gewichtziel ist, Gewicht abzunehmen. Und Ernährungstyp, ich versuche mich ausschließlich vegan zu ernähren. Immer schaffe ich es nicht, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Fast fertig abschließen. Und jetzt sehen wir hier die ganze Creator-List. Wir haben dabei Sascha Huber, Paulina Wallner, Leonie und Kai kenne ich auch noch. Ich werde mich für Stefan Pütz entscheiden, da ich seinen Lebensstil und seine Lebensphilosophie einfach am meisten fühle. Er ist einfach eine extrem inspirierende Person für mich. So, dann hier auf Auswählen. Ich werde mich jetzt mal für das Monatsabo entscheiden. Und danach kann ich immer noch aufstocken auf ein Jahresabo. Und jetzt kommen wir hier schon zu seinen Trainingskategorien. Trainingsort, man kann nichts auswählen, das ist halt im Gym. Aber ich bin sowieso im Gym, im John Reed angemeldet. Dann Anfänger, Fortgeschritten oder Stark Fortgeschritten. Ich würde mich als Fortgeschritten sehen. Dann möchte ich viermal in der Woche trainieren. Muskelaufbau ist mein Hauptziel. Dein persönlicher Trainingsplan wird für dich erstellt. Und jetzt kommen wir hier schon zu der Trainingswoche. Und man sieht das hier sehr gut. Hier gibt es mal voll viel verschiedene Rezepte. Da werden wir später auch eins ausprobieren. Und dann hier die Trainingswoche. Ihr seht hier jetzt, es wird ein kompletter Trainingsplan plus Ernährung für mich zusammengestellt. Dann kann man in der App, wie man hier sieht, Nahrungsmittel hinzufügen und Kalorien tracken. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen guten Einblick in die App. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen bei den ersten Schritten, wie ihr euch die selbst herunterladen könnt. Wie ihr das alles einstellt. Aber bevor wir jetzt mit der Woche starten, möchte ich einfach noch meinen vollsten Respekt und meinen Dank an Sascha Huber aussprechen. Er begleitet mich jetzt schon seit über fünf Jahren bei meinem Training, bei meiner Weiterentwicklung. Das erste Jahr, als ich zu trainieren begonnen habe, war ich noch in keinem Fitnessstudio angemeldet. Und ich habe immer mit seinen Workouts trainiert. Und er hat mir einfach den Start ins Training und in die Ernährung extrem erleichtert. Was er halt jetzt mit dieser App wieder versucht zu schaffen. Man merkt halt einfach, was für ein krasses Herzensprojekt das für ihn ist. Boah, das ist auch mächtfertig. Ich hoffe, wir können euch mit Jimky euer Leben ein Stück gesünder und schöner machen. Ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2024 und natürlich eine erfolgreiche Transformation. Passt auf euch auf und alles Gute. Boah, ein bisschen leppert. Was soll ich sagen, das ist echt einfach heftig jetzt. Es fällt einfach eine richtige Last ab. Seit vielen Jahren sind wir drin mit vollem Risiko. In jeder Hinsicht. Ich will einfach nicht jammern, deswegen halte ich das im Hintergrund. Aber es ist, es gibt da, wenn du sowas kreierst, was es zuvor noch nicht gibt, es sind so viele Hindernisse und Hürden zu überwinden und so viel harte Arbeit. Jimky, Freunde, wird einfach jetzt alles revolutionieren. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass wir eine Community geschafft haben, die für Jimky einsteht, die für Jimky gerade steht. Ich kann nur Danke sagen und freue mich auf euer Feedback. Und ich denke, mit diesen krass motivierenden Worten von Sascha Huber können wir jetzt in unsere erste Trainingswoche einsteigen. Let's go! Freunde, jetzt geht es gleich los mit Training in meinem Keller. Ich habe hier ein paar Trainiergeräte, deswegen kann ich das komplette Workout durchziehen. Ich habe hier eine Klimmzugstange. Dann habe ich hier Handeln. Aber davor, Stefan Pütz geht vor dem Krafttraining sehr oft ins Eisbad. Ich habe so viel Bock jetzt aufs Eisbad, deswegen gehe ich jetzt auch rein. Und dann geht es los mit dem Training. Oh mein Gott. Die Regentonne habe ich mir heute zu Weihnachten bekommen. Die ist richtig geil, die ist halt einfach viel größer. Im Eisbad schütten wir Hormone wie Adrenalin und Neuadrenalin aus. Das Vorteil hat für das Krafttraining, dann ist der Witzzicker fünf Minuten drinnen. Danach habe ich alle maximalen Benefits vom Eisbad. Das Tipp, wie ihr ins Eisbad am besten kommt, und zwar beim Reingehen, ihr müsst euch immer auf den Atem konzentrieren. Der Atem ist immer der Ankerpunkt. Ihr werdet direkt eine Schnappatmung verfallen, wenn ihr noch nicht oft Eisbad wart. Und versucht direkt den Atem kontrollieren, ganz langsam aus- und einatmen. Als Geheimtipp, ihr könnt die Hände nehmen und auf eine Körperstelle legen. Und ihr werdet dann sehr schnell merken, dass es zwischen der Handoberfläche und der Körperstelle direkt warm wird. Und dann könnt ihr euch nur auf diese Stelle konzentrieren. So haben wir noch diese geschafft. Ich werde das sofort kurz untertauchen. Und dann geht es aber wirklich ins Training. Das Training am ersten Tag beginnt jetzt direkt mal mit Liegestütten. Man kann über der App immer dann die Wiederholungsanzahl, die man geschafft hat, eintragen. Deswegen probiere ich jetzt direkt mal, einfach so viel Liegestütz wie wirklich zu ballern. 28, 29, 30. Okay, 30 reichen. Ich muss sagen, ich finde den Trainingsband jetzt schon geil. Es sind einige Übungen mit dem eigenen Körper glücklich zu trainieren. Plus dann aber auch mit den Handlern. Nächste Übung ist ja jetzt Seitheben. Auch wieder dreimal. Zu viel Wiederholung, wie ich einfach schaffe. Ihr seht es jetzt hier, wir haben vier Tage zu trainieren. Der Trainingsplan besteht aus zwei Workouts. Oberkörper und Unterkörper. Ich habe mich dazu entschieden, beide Trainingspläne einmal zu Hause zu trainieren. Und einmal im Gym. Die ersten zwei Tage trainiere ich zu Hause. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal alle Übungen in der App. Ihr seht es hier, wir haben Liegestütz, Klimmzüge, Bankdrücken, Rudern, Schulterdrücken, Seitheben, Bizeps Curls, enges Bankdrücken und Crunches. Ich feiere halt die Mischung aus Übungen mit eigenem Körpergewicht. Plus dann Übungen mit den Maschinen und Gewichten. Und was richtig geil ist, bei jeder Übung steht die Ausführung dabei. Plus ein kleines Erklärvideo. Und noch weitere Tipps. Da kann man dann einfach perfekt nachtrainieren. Und es ist einfach extrem geil. Auch vor allem für Anfänger. Jetzt geht es auch schon auf zum zweiten Trainingsplan im Gym. Ihr seht es hier, Kniebeugen, Kreuzheben, Zercher Squat, Beinbeuger, Wadenheben, Crunch Hold und Plank. Ich denke, bevor es jetzt dann noch ein letztes Mal ins Gym geht, werden wir mal ein Rezept von der Gymkip nachkochen. In der App ist das wieder extrem simpel gehalten. Du kannst hier die Kategorien auswählen. Ich habe mich für vegan und 10 bis 15 Minuten entschieden. Hier seht ihr extrem viele Rezepte. Ich habe mich dann für die Penne mit Brokkoli, Erdnusssoße entschieden. Ich habe statt den Nudeln Reis genommen und habe noch ein paar andere Nahrungsmittel ergänzt. Geschmacklich extrem geil. So voll außergewöhnlich irgendwie. Also ich habe mal begonnen, Brokkoli, Zwiebel, Knoblauch, Ingwer klein zu schneiden. Das habe ich dann angebraten. Dazu habe ich dann Cashews und Kürbiskerne gegeben. Währenddessen habe ich mir dann eine Soße gemacht aus Sojasauce, Erdnussbutter und Salz und Pfeffer. Das habe ich dann dazu geschüttet. Und dann habe ich noch den Reis dazu gegeben, den ich davor gekocht habe. Also eigentlich ziemlich simpel. Das war es jetzt mit dem Essen. Ich finde es sehr geil, einfach neue Rezepte kennenzulernen. Deswegen finde ich diese zusätzliche Funktion extrem nice. Die Freunde sind jetzt wieder im Gym. Jetzt wird der erste Trainingsplan das zweite Mal trainiert. Dieses Mal im Gym. Wir fangen dann wieder mit Bankdrücken an, da Liegestütz, Klimmzüge und so weiter. Let's go. Und ich würde sagen, wir werden jetzt Maximaltracht dann nur testen, wie viel beim Bankdrücken maximal scharf. Ich bin jetzt auf die Kürbisker. Jomsi, haben sie bereits die Typge-App? Der Jomsi-Code, 6-10%-Probat auf euren individuellen Trainingsplan, zusammengestellt von Jomsi. Als letzte Übung jetzt die wichtigsten Bizeps-Curls mit Sascha Huber in Master-Phase und Sascha Huber auf die Eftel. Das Training hat mir richtig Spaß gemacht, die Trainingspläne waren sehr gut zusammengestellt. Ich habe jetzt auch noch mitbekommen, es kommt bald ein Update raus, wo man dann die Übung individuell wechseln kann, die die ähnliche Muskelgruppe beansprucht, aber halt eine Alternativübung ist, falls im Gym jetzt mal das Gerät nicht vorhanden ist oder man irgendwie beeinträchtigt ist. Die Woche ist jetzt vorbei, nun möchte ich zu dem Endfazit kommen. Ich finde die App ist einfach der Hammer, sie ist extrem leicht zu bedienen, du bekommst extrem viel Fachwissen, du bekommst einfach Struktur in dein Training und in deine Ernährung hinein, du kannst das Wissen von extrem vielen verschiedenen Athleten mitnehmen, bekommst die Trainingspläne und die Ernährung aber immer auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Beim Monatsabo kommt man auf 20 Euro, das wäre mir persönlich jetzt im Monat ein bisschen zu teuer, aber man muss das auch immer wieder im Hinblick auf wie viel Zeit und wie viel Wissen in dieser App steckt sehen. Und aus diesem Aspekt wiederum finde ich es eigentlich nicht so teuer, auch weil das Geld, wenn man das in seine Gesundheit steckt, sich einfach am meisten auszahlt. Und das Jahresabo ist auch um die Hälfte billiger, also 10 Euro. Und das zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn du die App wirklich nutzt. Also mir persönlich hat die App sehr gefallen. Probier es gerne selbst aus und schreib mir deine Erfahrungen in die Kommentare. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Peace.